Moin, hier ist Horst. Ja, jetzt stehe ich hier wieder in Wittenburg und zwar nur eine ganz kurze Info. Und zwar ist das neue T-Magazin rausgekommen und das habe ich jetzt hier gerade im Hotel Van der Falk in Wittenburg abgegeben. Das ist hier, wo die Skihalle ist, also zur Winterwelt heißt das. Und hier ist natürlich auch dieser Supershatsch in Wittenburg. Und ja, wenn ihr hier ladet, könnt ihr euch gerne eins aus dem Hotel rausholen. Das ist vorne an der Rezeption. Also das war nur so eine kurze Info. Also bis dann und tschüss, euer Horst.